Ich fühle mich, als ob ich eine schwere Last auf meinen Schultern tragen würde. Und zwar die gesamte Sünde der Menschheit, aber das mache ich gerne, damit ihr richtig schön sündigen könnt. Heute war ein wunderschöner Tag, wir haben sehr viele Radler-Dosen und Dieter geopfert. Es ist ein guter Tag für das Bier und ein schlechter für den Satan, der uns mit Radler verseuchen will. Amen. Amen. Meine Jünger sind die geilsten, bestaussehendsten Sex. Sie ist der und der tollsten Mensch, den ich hergesehen habe. Nie wieder Radler! 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 Überkreuptet eure Biere und trinkt euch den heiligen Unterherr. Ungeheiligen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ungeheilige Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.